Wunderschönen guten Tag liebe Playstation Freunde und willkommen zur Vorstellung des zweiten Playstation 4 Titels im Playstation Plus Angebot im Januar 2021 Titel Nummer 2, der da heißt Greedfall. Auch hier nur ganz kurzer Ersteindruck, das was wir jetzt hier machen reicht bei weitem nicht aus, um euch dieses Spiel halt wirklich in seiner absoluten Detailverliebtheit nahezubringen. Was mir allerdings schon mal, das kann ich schon mal sagen, besonders geil gefällt oder richtig gut gefällt, ist dieses Setting. Das hat so ein bisschen was von dieser Kolonialzeit so ein bisschen, also nicht so dieses typische Mittelalter-ähnliche Setting, was du bei typischen Fantasy-Rollenspielen gerne hast, in denen es dann halt auch um Magie und dergleichen geht, denn darum geht es hier auch, sondern eher so ein Setting zur Kolonialzeit, das passt irgendwie wunderbar zusammen, weil es diese Mischung, diese Kombination eigentlich so in dieser Form sonst gar nicht gibt. Und ich zeige euch mal eben ganz kurz, bevor wir anfangen, ihr habt ein relativ einfaches Ausrüstungssystem, das kennt man aus den meisten Rollenspielen, das unterscheidet sich da nicht großartig. Ihr könnt dann hier, wir können mal gucken, ich habe zum Beispiel eine neue Brustrüstung gefunden, könnt dann hier gucken, wie sich das auch verändert. Ihr könnt auch Details einblenden, wenn ihr genauere Vergleiche machen wollt oder ihr könnt halt diese kurz, diese kleinen Fenster dann nutzen und eben die, die oberflächlich diese Werte vergleichen, obwohl da eigentlich auch alles drinsteht, was man braucht. Und dann könnt ihr euch natürlich auch optisch so ein kleines bisschen herrichten, mehr oder weniger. Dann habt ihr natürlich noch obligatorisch die Karte, das hier ist im Grunde das Startgebiet. Dann habt ihr ganz normalen Questlog und eben noch mal eine Weltkarte, die ist dann natürlich entsprechend größer. Und wenn man sich das so anguckt, da wirst du gut zu tun haben. Schätze ich mal. Schätzelein. So, das hier ist noch mal so ein Kodex. Obligatorisch, da ist alles drin, was man so erlebt und kennenlernt und so weiter, falls man sich da noch mal informieren will. Dafür ist so ein Kodex gedacht. Das hier ist noch mal die Charakterwerte und so weiter. Und ihr könnt, wie ihr dort links unten sehen könnt, zum Beispiel auch Beziehungen aufbauen. Das ist halt so ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Spiel, dass ihr Beziehungen auch zu euren Gruppenmitgliedern aufbaut. Denn ihr könnt später auch die Gruppenmitglieder festlegen und ihr könnt eure Beziehung in eine bestimmte Richtung lenken. Wenn ihr zum Beispiel ein Gruppenmitglied irgendwie zu lange ignoriert, kann es tatsächlich sogar sein, so habe ich das bisher hin mitgekriegt, dass das Gruppenmitglied eure Gruppe verlässt, also abhaut und quasi überläuft zum Feind. Also gilt es auch darum, dann hier, dass die Gruppenmitglieder zufriedengestellt sind und ihr euch möglichst gut mit denen stellt. So, hier haben wir noch mal dann doch einen relativ großen und aufwendigen Skillbaum. Und ich sehe gerade, ich habe noch einen Punkt zur Verfügung. Ich kann mal gucken, ob ich den irgendwo reinsetzen kann. Hier brauche ich zwei, da brauche ich zwei und da brauche ich zwei. Ich möchte nämlich gerne Schusswaffen aktivieren, weil dann könnte ich zum Beispiel auch Schusswaffen nutzen. Das kann ich aktuell noch nicht. Ich habe zwar einen im Inventar, aber hier unten, ich kann sie halt noch nicht einsetzen, weil ich keine Schusswaffenfähigkeit habe. Und das entwickelt sich dann alles aber überzeit. Aber jetzt spielen wir erstmal eine kleine Mission. Einfach mal, damit ihr das mal ein bisschen gesehen habt. Das einzige, was mir hier tatsächlich nicht so wirklich gut gefällt, ist die Steuerung. Die wirkt so ein kleines bisschen steif, würde ich fast mal sagen. Es spielt sich zwar insgesamt ganz gut, aber so an vielen Stellen, besonders im Kampf, wirkt es dann mitunter doch manchmal etwas steif. So, ihr könnt dann natürlich auch Kisten plündern und so weiter. So, mit dem Druck auf die R1 beziehungsweise L1-Taste könnt ihr mit L1 könnt ihr hier eure Aktionen im Kampf festlegen. Das ist so eine taktische Kampfvariante. Und mit R1 könnt ihr dann die Waffe wechseln und eben halt weitere Sachen machen, wie zum Beispiel auch hier weitere Fähigkeiten, damit ihr sie nutzen könnt. Es ist typische Rollenspiel-Steuerung für Konsolen mit den R-Tasten. Mit R1 und R... äh Quatsch, mit R2 und L2 in erster Linie. Drücken, wenn er dann jetzt mal macht. Und ihr aktiviert dann dementsprechend unten rechts die Auswahlmöglichkeiten. Das ist eine Sache, an die man sich gewöhnen muss. Ich bin in der Steuerung auch noch nicht so ganz drin, weshalb ich da jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen kann. Aber so im Kampf selbst die Steuerung fand ich nicht ganz so optimal. Also die fühlte sich ein bisschen steif an mitunter. Aber das kann natürlich auch so ein bisschen daran liegen, dass ich noch nicht wirklich viel Zeit in das Spiel gesteckt habe. Okay, dann gucken wir mal. Wir müssen nämlich nach da. Das ist zwar keine Hauptmission. Es gibt das Spiel übrigens nur auf Englisch, wie ihr vielleicht gerade im Hintergrund so ganz leicht hören konntet. Also Sprachausgabe ist nur in Englisch und es ist typisch britisches Englisch. Ach stimmt, ich sollte ja hier ein versetztes Getränk machen, aber mir fehlen die Zutaten von dem Zeug. Und ich kann es eh noch nicht fertigen, weil ich kein Fertigungslevel habe. Na egal, dann machen wir es anders. Wir kümmern uns dann jetzt einmal um Zeugen, die wir befragen müssen. Quests abschließen. Da seht ihr noch Maschine. Man kann verschiedenen Wege nutzen, um Quests abzuschließen. Mit Überredungskunst oder eben halt auch mit der groben Kelle. Das entscheidet dann immer so ein bisschen darum, auch darüber, wie ihr angesehen werdet. Vor allem von gegnerischen Fraktionen. Ob die euch dann doch eher misstrauisch gegenüberstehen oder ob ihr vielleicht sogar eine Möglichkeit habt, mit denen zu verhandeln und so weiter. Also die Art und Weise, wie ihr hier in den Quests teilweise vorgeht, hat wirklich Einfluss darauf, wie die Welt um euch herum auf euch reagiert. Das ist schon sehr, sehr geil. So, und das hier ist im Grunde das Dialogsystem. Ihr wählt jetzt aus, was ihr wollt. Wenn da so ein Pfeil hinter ist, dann sind da zusätzliche Optionen hinter. Oder ihr könnt eben nach dem fragen, nach dem ihr sucht. Das ist in dem Fall nach genau dem. Ich glaube, er war intent on celebrating his departure last night. Da war indeed a party hier last night. Aber es endet badly. Was ever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered. And no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? Twenty years of age? Hair down to his neck, light brown? Blue eyes? Quite the talker? I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it you'll need to pay. Um okay. Here you are to cover your expenses. Excellent. Honest books makes for honest friendships. Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They have a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several actually and they're all illegal and profitable but you didn't hear that from me. In any case if you were set on recovering your cousin I would hurry if I were you. They're not the tender salts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow who could So das soll jetzt hier gewesen sein was das Dialogsystem angeht und ihr habt gerade schon gesehen wir haben eine Entscheidung getroffen wir haben nämlich das was er hier kaputt gemacht hat nicht selbst repariert sondern wir haben dafür bezahlt so wir ich werde jetzt nochmal eben hier weiter befragen damit ich diesen quest marker loswerde und dann schnibbel ich das danach dann hier hinten ran so wir haben ein paar infos erhalten und können uns dann jetzt auf den weg machen ach da war die karte mal zu gucken wo wir dann weiter machen was ihr vielleicht gerade schon gesehen habt in den dialog szenen ich muss auch sagen es sieht nicht besonders hübsch aus vor allen die gesichtsanimation sehen halt echt nicht hübsch aus und von daher ist es halt tatsächlich so ein Punkt wo ich sagen muss das ist schade das würde das spiel nochmal um einiges aufwerten wenn die animation hier ein bisschen hübscher wären aber kann es halt nichts alles haben muss ja auch nicht zwingend sein wäre halt nur einfach nice gewesen und hätte das ganze halt wirklich nochmal ein bisschen aufgewertet so aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum dass wir weiter kommen vielleicht kriegen wir auch irgendwie einen Kampf hin dass ich euch nochmal einen Kampf zeigen kann aber das werden wir ja sehen so wir befinden uns jetzt hier in der Nähe von ein paar Feinden dann kann ich euch nämlich jetzt nochmal kurz einen Kampf zeigen wir können jetzt zwei Sachen machen entweder wir schleichen uns einfach um die rum oder wir gehen auch einfach oh scheiße das habe ich zu lange gebraucht dann kann ich euch jetzt auch mal das Kampf System zeigen ihr habt die Möglichkeit natürlich mit Waffen zu kämpfen oder ihr kämpft mit Magie ich habe zum Beispiel eine Magia Klasse gewählt und kann jetzt zum Beispiel dann auf Magie angreifen dabei habt ihr auch die Möglichkeit jeder Zeit zu wechseln zwischen Magie und Waffen das ist dann immer euch überlassen wie ihr das am ehesten macht ich kämpfe jetzt hier mit Magie wir können aber zum Beispiel auch R2 gedrückt halten und dann haben wir zum Beispiel einen selbst zugewiesenen Ansatz selbst zugewiesen heißt ich kann wenn ich L1 drücke hier nämlich je nachdem welche Waffe ich ausgewählt habe und welche Techniken ich nutze selbst festlegen wie ich meine Waffen und 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 Fähigkeiten einsetzen dazu kommt hier einfach nicht darauf sondern ihr könnt dann hier einfach über Viereck zuweisen und dann könnt ihr einfach sagen ok wo stecke ich das Ding jetzt hin wenn ihr R2 drückt könnt ihr jetzt eine Taste wählen wo ihr diesen Angriff zuweisen könnt das wird euch aber im Tutorial noch mal im Detail erklärt aber ihr könnt halt wie gesagt komplett eure Angriffe selbst so wie ihr wollt auf jede Taste legen oder jede Rotation einfacher zusammenbauen als wenn ihr das vorgegeben kriegt das war zugegeben relativ kurzer Kampf aber ihr habt vielleicht so ein bisschen gesehen wie man vorgehen kann wenn ich gleich nochmal einen Kampf hier drin bekomme dann zeige ich euch das auch nochmal aber hier hinten schleiche ich mich jetzt eher so ein bisschen durch weil ich natürlich auch ein bisschen zeigen will Schleich Gameplay ist tatsächlich sogar gar oder mit einem Hitman aber ihr könnt auch schleichend ganz gut vorgehen ihr könnt zum Beispiel auch Schlösser knacken so könnt ihr dann natürlich auch gucken dass ihr das zu eurer Spielweise macht hier ich kann Schloss knacken Level 1 zum Beispiel machen dann knack jetzt hier einfach das Schloss so ihr transport help we need groups we must contain it help come dann send them a hand back watch out take a step back sir mensch was gibt es denn für eine bessere gelegenheit euch das Kampfsystem mal ein bisschen zu zeigen als den Bosskampf ich glaube bessere gelegenheit ich schon gar nicht bekommen um euch das Kampfsystem ein bisschen näher zu bringen ich habe hier eine magier klasse gewählt deswegen kann ich ganz gut aus der entfernung angreifen aber es gibt natürlich dann auch so die klassischen also den Tank oder eben den Nahkämpfer wie das eben Rollenspieler halt wie ist aber das ganze halt eben das hab ich schon gesagt mit dem Setting das nicht üblich ist für ein Rollenspiel und das fand ich halt eben oder das fiel ich halt eben okay ich die magische an die so ein bisschen aus ich muss mal eben ganz kurz ein bisschen so magische magische Energie ist ja im Grunde nicht eine Ascana oh Gott und jetzt genau scheiße oh die Campe sind tatsächlich ein bisschen tricky gerade ich muss den Gegner mal im Test einfrieren auch das geht dieser attacke ist halt echt eklig fürchten wir mal wieder ein bisschen oh nein ich bin tot also das muss ich tatsächlich sagen das fand ich echt ein bisschen schwer gerade vielleicht liegt es einfach daran dass ich das Gameplay auch noch nicht so richtig drauf habe aber es kommt mir vor als ob die Bosskämpfe dann doch schon ein bisschen knackiger sind als man das so vielleicht von einem normalen Rollenspiel erwarten würde bei einem Dark Souls okay da würde ich das erwarten aber hier hätte ich es jetzt nicht so erwartet aber sei es drum ihr habt jetzt wenigstens mal ein bisschen was von einem Kampf gesehen das muss an dieser Stelle auch reichen um euch ein bisschen was von dem Spiel gezeigt zu haben wie gesagt diese viertelstunde bis maximal 20 minuten die ich hier ansetze reichen in der Regel sowieso nie aus um euch den umfang des spiels oder eben oder eben das was das spiel ausmacht so wirklich komplett zu präsentieren deswegen ist das hier auch bloß ein ersteindruck aber der ist hier auf jeden fall positiv optisch wäre noch ein bisschen luft nach oben auch so vom gameplay wirkt manchmal ein kleines bisschen hakelig aber mein Gott das ist dann so eine Sache wo man sagen kann okay dafür ist das spiel inhaltlich umso besser und von der art und weise wie es sich präsentiert das finde ich hier ganz besonders toll deswegen auf jeden gottes ton oh selamon kippe den sieg über dunkelheit voll mit einem traum von gerechtigkeit du gottes ton